Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, zwei, drei Vorbemerkungen. Herr Lindner, um einfach Ihrem Alarmismus zu widersprechen, erwecken ja den Eindruck, als ob 2025 in Nordrhein-Westfalen eine Bildungskatastrophe im MINT-Bereich ausbrechen würde. Bis dahin werden zwei komplette Durchgänge von Lehrern und Lehrerinnen ausgebildet. Wir haben im Moment 26 Prozent derjenigen, die in Deutschland studieren, in NRW, obwohl wir nur 21 Prozent der Bevölkerung sind. Das heißt, wir sind ein hochattraktives Land für Studierende. Und ich bin auch ganz sicher, dass bei den Schwerpunktsätzen genau die notwendigen Zahlen innerhalb von zehn Jahren auch zur Verfügung stehen werden. Insofern Gelassenheit und nicht diesen Katastrophismus. Zweite Bemerkung. Ich habe eben, lieber Christian Lindner, so ein bisschen Spaß gehabt am Anfang, als du dann was erzählt hast von 16 Megabit. Ich habe einfach nochmal in der Vorbereitung eine Anfrage, eine bösartige der Abgeordneten Horst Becker und Rainer Priggen vom 19. Februar 2010. Da wart ihr noch in der Regierung, Armin Laschet noch im Kabinett. Da haben wir beide gefragt, wann kommt das schnelle Internet 2010 auch nach Linich-Bosler. Anfrage 14-10-985. Und dann habt ihr uns eine lange Liste geschickt mit den Geschwindigkeiten, die das schnelle Internet hat. Alle Kommunen aufgeführt auf ganz vielen Seiten. Da steht immer Verfügbarkeit 100 Prozent 99-100. DSL-Verfügbarkeit 384 Kilobit. Das war, als ihr mit der Regierung aufgehört habt, für euch schnelles Internet. So viel dazu, dass du mir gegenüber eben, ja, ist ja gut, ist ja gut, 384 Kilobit. So, und jetzt würde ich ganz gerne, um auch das klarzustellen, würde ganz gerne, entschuldigen Sie, Frau Ministerpräsident, ich fange an mit einem Satz aus der Regierungserklärung vom Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann am 15. Oktober 2014. Ein Satz nur. Zitat, bei der digitalen Infrastruktur liegen wir zusammen mit NRW an der Spitze der Flächenländer. So, das sagt der baden-württembergische Ministerpräsident. Die reale Zahl ist so, Mitte 2014 70,7 Prozent der Haushalte in NRW mit einer Übertragungsrate 50 Megabit, 50 Megabit, nicht 384 Kilobit. Baden-Württemberg 69,2, Bayern 62,4. Also, Kretschmann muss ja auch nicht in seinem eigenen Parlament sagen, NRW ist noch ein bisschen vor uns, aber er ist an der Stelle fair. Er ist jedenfalls fairer mit dem Land, als Sie beide das tun, Sie und Herr Laschet, wenn Sie immer als erstes das Land schlecht machen. Dann muss ich sagen, eigentlich hätten wir heute zwölf Regierungsunterrichtungen auch noch haben können. Ja, wenn man sich anguckt, wie der Prozess, der abläuft, alle Lebens- und Arbeitsbereiche im Moment umwälzt, und zwar nicht nur dieses Jahr, sondern seit den letzten zehn, zwanzig Jahren, dann wissen wir, dass das egal, ob es Guntram Schneiders Ministerium ist, Justizministerium ist, angesprochen, Gesundheit, egal welches Haus, jedes Haus arbeitet in dem Thema seit Jahren akribisch mit sehr, sehr viel, was zu tun ist, nach vorne. Das hätte alles angesprochen werden müssen, und es wäre spannend. Das wäre auch das, was adäquat gewesen wäre, wenn wir darüber sprechen, welche Bedeutung hat der ganze Prozess für unser Land, dieses alte, von Kohle und Stahl geprägte Industrieland. Wenn man das ein bisschen einordnen will, dann muss man sich doch angucken, was haben herausragende technische Neuerungen immer wieder an durchgreifenden Veränderungen gebracht, für unsere Arbeitsweise, aber auch für die private Umgehensweise. Ich sage mal, der Urknall, der Urknall war der Buchdruck, der Buchdruck, der tatsächlich als Urknall der Moderne überall die Möglichkeit geschaffen hat, sich Bildung anzueignen. Und gerade wir in diesem Land haben große Erfahrungen gemacht mit diesen durchgreifenden Veränderungen. Die erste industrielle Revolution hat in Nordrhein-Westfalen ihren Ursprung gehabt. Wir haben hier Dampfmaschinen bekommen, und mit den Dampfmaschinen war es möglich, die Kohle aus Tiefen zu fördern und oben drüber Stahl zu produzieren. Das ist eine der Gründungssachen des modernen Industrielandes Nordrhein-Westfalen gewesen. Danach kam die Fließbandfertigung, der Einsatz elektrischer Energie, seit dem letzten Drittel des 20. Jahrhunderts die Automatisierung der Produktion. Und wenn wir über Digitalisierung reden, dann reden wir über einen Prozess, der mit nie geahnter Geschwindigkeit alles, was wir an Arbeit machen, was wir an Ausbildung machen, bis hin in unsere privaten Verhältnisse ändert und umwälzt. Mich kann mich noch gut erinnern, das ist ja spannend, wenn wir das in der Fraktion diskutieren. Und ich als über 60-Jähriger, Frau Ministerpräsident, ich habe mich auch sehr gefreut, dass Sie in den ersten fünf Minuten dreimal die Technische Hochschule Aachen erwähnt haben. Sigrid Bär hat sich über Paderborn gefreut, Aachen war insgesamt fünfmal dabei. Aber wenn ich mich erinnere an meinen Studienbeginn als Maschinenbauer in der TR Aachen und wenn ich Matti Bolte, der bei uns im Internet, im Netzbereich arbeitet, der 30 Jahre später geboren ist, 32 Jahre, um es genau zu sagen, wenn ich dem den Rechenschieber zeige, mit dem ich im ersten Semester angefangen habe, der versteht diese logarithmischen Hieroglyphen gar nicht. Der meint, das wäre eine Grabbeigabe aus dem Pharaonengrab und nicht früher. Und ich weiß noch, ich war stolz wie Bolle. Das war ein ganz modernes Ding, das war wie Harry Potter sein Zauberstab. Das ist alles Geschichte. Und wenn Norbert Römer mir irgendwann mal erzählt hat, dass er noch Bleidruck gelernt hat, dann merken wir, und das ist auch die Alltagserfahrung, viele Menschen, die arbeiten, erleben diese Prozesse auch als Bedrohung, als radikale Veränderung ihres Lebens. Und die Frage ist doch, wie können wir die Prozesse gestalten? Dafür sind wir als Politik verantwortlich. Wie können wir sie so gestalten, dass die Menschen mitgenommen werden, dass wir die Arbeitsplätze halten, dass wir in diesem Wandel, der in unserem Land stattfindet, auch die modernen Arbeitsplätze uns hierher holen. Das ist genau unsere Aufgabe. Da habe ich von beiden Oppositionsführern nicht ein einziges konstruktives Wort zugehört. Und lassen Sie es mich sagen, der Altbundespräsident Horst Köhler, der hat in seiner Berliner Rede am 24. März 2009 einen ganz bemerkenswerten Satz gesagt. Er hat gesagt, nehmen wir uns deshalb die nächste industrielle Revolution bewusst vor, diesmal die ökologische industrielle Revolution. Und das ist das, was aus meiner Sicht jetzt passiert. Mit allen Ängsten, die dabei sind. Wir erleben nichts anderes als den Übergang vom fossilen zum elektrischen Zeitalter. Das dauert, das streckt sich über einen bestimmten Prozess. Aber das ist genau der Prozess, der passiert. Dabei haben viele Ängste, Ängste um ihren Arbeitsplatz, sind immense Herausforderungen. Aber das ist genau die Chance, die wir haben. Und die Digitalisierung ist die ganz große Chance in der Umsetzung dieser ökologischen industriellen Revolution. Das ist ein Umbruch in der Geschichte der Technik und der menschlichen Kommunikation. Und das ist manchmal hart. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass wir zu vier zu Hause am Tisch sitzen und alle gucken auf diese Dinger, die immer irgendwie am Hupen und am Piepen sind. Aber es ist ein Teil dessen, was wir auch erleben. Und es zieht sich durch viele andere Bereiche. Und was wir aus meiner Sicht müssen, und das ist natürlich das Faszinierende für jemanden, der aus der Technik kommt, die Chancen, die genau in diesem Prozess drin liegen, in allen Bereichen zu sehen und zu nutzen, die Interessensauseinandersetzung, die dahinter liegen, tatsächlich dann auch auszutragen und die Probleme dabei auch anzusprechen. Auch dazu habe ich nichts gehört. Und in der Gesellschaft heute, wo praktisch diejenigen, die ausgebildet werden, immer wieder gucken müssen, dass sie mit ihrem Wissen standhalten, wo nicht wie früher der Meister über das Arbeiten an den Gesellen das Know-how weitergegeben hat. Sondern das ändert sich so radikal, dass natürlich auch erhebliche Risiken darin liegen, wenn Unternehmen diese Prozesse nicht mitmachen. Und wir erinnern uns alle noch gut an einen namhaften Weltmarktführer, Triumph Adler, die besten Schreibmaschinen der Welt. Wie viele Literatur-Nobelpreisträger haben auf einer Triumph Adler gespielt, getippt. Das war wie Clapton auf seiner Fender. Und dieses Unternehmen hat es nicht geschafft, den Übergang zur Computertechnik mitzukriegen, so hinzubekommen, dass sie erfolgreich waren. Die sind heute nicht mehr da. Und die genau gleiche Diskussion führen wir ja an vielen Stellen. Der Kollege Guido Vandenberg, den wir alle kennen als jemand, der sich engagiert einsetzt für die Arbeitsplätze im Braunkohlenrevier, hat mich eingeladen. Und wir sind zusammen nach Berlin gefahren und haben uns Unikos angesehen. Norbert Römer ist seit langem bei einem Regionalversorger in Mecklenburg-Vorpommern, in Aufsichtsgremien in Schwerin bei der WMAK. Da bin ich letzte Woche gewesen. Da habe ich mir angeguckt, den Batteriespeicher, den Unikos entwickelt hat. Ein faszinierendes Instrument, um tatsächlich Netzstabilität zu erzeugen. Die Ministerpräsidentin hat gesprochen von dem Unternehmen in Wuppertal. Ich finde, das, was Unikos da entwickelt hat, was in Mecklenburg eingesetzt wird, das ist genau das, was wir nach Nordrhein-Westfalen holen müssen. Netzstabilität herstellen über einen Batteriespeicher, der über die Prozessrechner, und das ist das Entscheidende an der Stelle, der wird so gut gesteuert, dass der Hersteller 20 Jahre Garantie auf die Batterie gibt. Wenn Sie sich Batterietechnik angucken, wissen Sie, dass es das sonst nicht gibt. 20 Jahre, weil die Software der Steuerung so genial ist, dass die Batterien, die einzelnen, tausende von Einzelzellen so optimal be- und entladen werden, dass das damit hervorragend gelöst werden kann. Und die speichern Windstrom und nutzen ihn für die Netzstabilisierung. Die bewerben sich im Wettbewerb, weil dieser Stromnetzstabilisierung jede Woche auktioniert wird. Und seitdem Sie das Ding in Betrieb haben, haben Sie jede Woche in der Auktion gewonnen. Das heißt, Sie sind in der Lage, im Wettbewerb mit den großen alten Kraftwerksblöcken tatsächlich damit zu bestehen. Und wir werden eine Situation haben. Wir werden noch 30 Jahre einzelne Kohlekraftwerke haben. Das ist gar nicht die Frage, aber es werden weniger. Und die, die jetzt Netzstabilisierung machen über die Schwungmassen der Kohlekraftwerke, die stehen dann immer mehr im Wettbewerb mit denen. Und nachdem wir in Berlin waren, ist Guido Vandenberg zugegangen und hat versucht, bei dem großen regionalen Unternehmen durchzusetzen, dass sie das im Rheinischen Revier einsetzen. Die haben uns aber vorgeschlagen, CO2-Freilandbegasung von Rühmen und Kartoffeln zu machen und sind nicht darauf eingestiegen. Da haben Sie sich, da hast du dir die Abfuhr geholt. Ich bin wenig später da gewesen, weil wir wollten das modernste Elektrofahrzeug, was in NRW gebaut wird, den Street-Scooter in Aachen. Die suchten eine Beteiligung über 6 Millionen, wollten dafür 50 Prozent abgeben. Ich bin bei dem gleichen Unternehmen gewesen und habe gesagt, ist das nicht was für die Innovationsregion Rheinisches Revier? Kein Interesse. Automobilherstellung ist nicht Ihr Bereich. Jetzt hat die Post es aufgekauft. Genau das ist der harte Kampf in der Realität. Die Chancen, die Möglichkeiten, die in dem Prozess liegen, bei denen wir, und ich könnte die Kette jetzt aus den ganzen Jahren, wo ich hier mich mit Energiepolitik beschäftigt habe, mit Aufzählung von Unternehmen fortführen. Diese Chance zu nutzen, ist eine Frage, wo wir unterstützen können, wo wir hinweisen können. Wir waren wie ein Missionswerk unterwegs. Letztendlich entscheidet das Unternehmen. Und das ist natürlich eine harte Situation, wenn diese ganzen neuen Bereiche, auf die man rausgehen müsste, von einem Unternehmen abgelehnt werden. Wir müssen trotzdem weiterkommen. Deswegen ist es genau richtig, dass wir das virtuelle Kraftwerk hierher holen wollen. Wir wollen zusammen dafür kämpfen, dass wir diese neuen Chancen und Möglichkeiten, die wir brauchen im Rahmen der Energiewende, hier auch hinbekommen. Und ich sage auch ganz klar, ohne die Möglichkeiten der Digitalisierung wäre der Ausbau der Erneuerbaren überhaupt nicht möglich gewesen. Die erneuerbaren Energien mit ihren Potenzialen, die heute Primärenergieträger Nummer eins sind in Deutschland, gäbe es nicht ohne das. Und das ist genau das revolutionäre Gemisch, dass ich die Steuerung, den Einsatz dieser Technik nutzen kann, Zug um Zug aufbauen kann und damit sowohl Arbeitsplätze, Entwicklungsmöglichkeiten wie auch eine reduzierte Abhängigkeit im Import von Rohstoffen herstellen kann. Wenn wir die Kette so erfolgreich fortsetzen, dann muss ich vor keinem Ölscharch auf den Knien rumkrabbeln und ihn darum bitten, dass er uns Öl oder Gas hier liefert. Ich muss bei niemandem, der Menschenrechte verletzt, anstehen. Ich habe eine gerechte Verteilung des kostenlosen Energiezubringers Sonne und Wind für alle. Das ist noch eine Strecke. Aber die Entwicklung dahin geht mit der Digitalisierung Meter um Meter voran. Und entweder machen wir das zusammen und stellen das Land auf, nehmen auch die Ängste derjenigen, die da jetzt noch Beschäftigung haben, diese Perspektive noch nicht so sehen. bieten ihn auf, bieten ihn Lösungsmöglichkeiten. Aber der Weg muss eindeutig sein. Und so sind wir genau verabredet. Und das machen wir. Und auch dazu habe ich von beiden Oppositionsführern zur gesamten Energiepolitik nicht ein einziges Wort gehört. Führe das nur exemplarisch auf, weil wir da bei vielen Firmen waren. Alles gilt genauso für den gesamten Bereich der Mobilität. Das, was Mike Groschek macht. Die spannenden Projekte im Bereich der Mobilität, die Umstellung der Mobilität, Zug um Zug in Richtung Elektromobilität mit besseren Batterien, mit den Möglichkeiten zu be- und entladen. Die Krankenschwester, die aus der Eifel zum Klinikum nach Aachen fährt, 30 Kilometer. Das Auto steht zu Hause elf Stunden, steht am Klinikum neun bis zehn Stunden. Kann angeschlossen werden, ist ein mobiler Speicher, kann geladen werden. Das ist genau die Einsatzmöglichkeit für einen Treibstoffpreis, der ein Bruchteil ist von dem, was sonst Benzin kostet. Das geht nicht so schnell. Das braucht Entwicklungsmöglichkeiten. Aber das ist genau die Perspektive. Und auch da muss niemand Angst haben. Unsere hervorragende Motorentechnik wird noch über lange Zeit die Basis sein. Aber wenn wir bei diesen anderen Bereichen nicht entwickeln, nicht aufpassen, das nicht bei uns forcieren, dann geht uns genau die Weltmarktführerschaft, die wir in der Technik haben, verloren. Und auch das ist ein Bereich, wo wir in Nordrhein-Westfalen darum kämpfen, dass wir die Wertschöpfung hier halten, sogar ausbauen. Deswegen ist das so wichtig. So wie es im Verkehrsbereich gilt, Smart City, so gilt es in allen anderen Bereichen. Das, was wir im Gesundheitssystem haben, Kollege Bolte wird das gleich noch ansprechen, immense Möglichkeiten mit den älter werdenden Bevölkerungen, mit all dem, was wir ja selber, wenn wir in den Bereich kommen, dass wir Pflege brauchen, was wir dann an Unterstützung brauchen, damit vernünftig umzugehen. Also wir könnten es für alle Bereiche durchdiskutieren. Es ist, glaube ich, eine sehr, sehr interessante und spannende, gerade wenn Sie Affinität zur Technik haben, herausfordernde Möglichkeit. Grundlage von allen, und das war ja der Ausgangspunkt auch, ist natürlich, dass wir den Netzausbau hier hinkriegen. Der Netzausbau ist auf Deutsch gesagt doch nichts anderes, wie wenn ich Stromleitungen habe, Wasserleitungen habe. Und der Netzausbau, ich habe es eben schon gesagt, laut Kretschmann, der da, glaube ich, als unabhängiger Zeuge gilt, ist in Nordrhein-Westfalen sehr gut, unter allen Flächenländern gut. Aber wir müssen noch viel besser werden und wir müssen auch die Schwächen da klar benennen. Wenn wir in Nordrhein-Westfalen sagen, wir brauchen den Breitbandanschluss, dann haben wir natürlich eine Differenzierung, vor allen Dingen zwischen Ballungsräumen und ländlichem Raum. Und es kann nicht sein, das ist der ganz entscheidende Punkt, es kann nicht sein, dass wir nicht unsere Bemühungen ganz, ganz hoch ansetzen, den ländlichen Raum da die Chancen gleicher zu geben, die er braucht. Weil Breitbandanschluss schneller ist im ländlichen Raum, Existenzgrundlage für Mittelstand, für Handwerk, für Firmen, ist Bildungszugang und es gibt nicht einen einzigen Grund, warum er das nicht haben sollte, warum wir das nicht da machen sollen. Und genau deswegen hat die Regierung ja die Schwerpunkte so gesetzt. Und der Kollege Linden hat eventuell eben die Programme durcheinandergebracht, aber die ELA-Mittel sind an der Stelle deutlich aufgestockt worden. Und es wird intensiviert. Auch wenn wir führend unter allen Ländern sind, wird da noch deutlich aufgestockt. Und wenn die Auktionsmittel reinkommen, wir wissen nicht genau, wie viel es ist, man kann glaube ich nüchtern davon ausgehen, dass mindestens eine Milliarde reinkommt, denn wären nach Königstein schon mal mindestens 100 Millionen, die direkt umgesetzt werden sollen. Und das habe ich jetzt zweimal gehört, das großartige Beschwören der immensen bayerischen Leistung, 1,5 Milliarden. Die Realität der Mittel, die abfließt, lieber Armin Laschet, ist weit unter dem, es sind keine 50 Millionen, die dann tatsächlich abfließen, weil die Kommunen auch in Bayern die Gegenfinanzierung nicht hinkriegen. Das heißt, Horst Seehofer bläst in jeder Regierung, zwei Regierungserklärungen habe ich mir durchgelesen, bläst es als Ziel der bayerischen Politik auf und die Realität sieht ganz anders aus als die Milliardenzahl. Ich glaube, wir können uns da gut blicken lassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Thema hat außerordentlich viele Facetten. Ich habe eingangs gesagt, wir könnten eigentlich zwölf Unterrichtungen aus jedem Ressort machen und es ist nicht nur der technische Teil, den ich angesprochen habe, ich will einen zweiten Bereich noch ansprechen, es ist ganz eindeutig alles, was mit Verbraucherschutz zu tun hat. Wir erleben alle immer wieder Bürgerinnen und Bürger, die uns anschreiben oder ansprechen und wer mal in die Verbraucherzentralen vor Ort geht und fragt, was sind die größte Anzahl an Problemen, wo Menschen zu euch kommen, dann hat das immer zu tun mit Telekommunikation, mit Digitalisierung, wo die Menschen mit den Vertragskonditionen, mit dem Gebaren der Unternehmen nicht klarkommen. Also wissen wir auch, dass wir eine Beratungseinrichtung brauchen, Gesetze anpassen müssen, damit tatsächlich der Verbraucherschutz an der Stelle gewährleistet ist, dass wir uns das als Aufgabe nehmen und auch da hat die Landesregierung eine sehr gute Arbeit geleistet. Ministerpräsidentin hat vorhin erklärt, dass das Ziel ist, wir wollen auf 62 Beratungsstellen ausbauen, damit überall im Land diejenigen, die mit diesen Angeboten nicht klarkommen, das muss man ja auch lernen, die Chance haben, an der Stelle auch damit umzugehen. So, es gibt ein riesiges Spektrum an Themen, wir könnten es sehr, sehr lange und sehr detailliert diskutieren, es ist ein laufender Prozess, die Digitalisierung ist nicht mit der Regierungserklärung erfunden worden, natürlich nicht, ich habe die Veränderungsprozesse in unseren Ausbildungen beschrieben, wir wissen, dass es seit langer Zeit durch alle Betriebe, durch alle Ausbildungsbereiche geht und es wird auch noch lange so weitergehen und es ist ein unglaublich faszinierender Prozess, weil genau damit auch die Chance besteht, für die Menschen, bei uns, für die Menschen insgesamt etwas zu erreichen, was eine Steigerung an Lebensqualität für sie bedeutet. Das muss unser Ziel sein, da sind wir in der Verpflichtung, Technologie sich entwickeln zu lassen und gleichzeitig die notwendigen Schutzrahmen zu setzen, damit die Menschen dem nicht hilflos ausgeliefert sind. Da meine ich, machen wir eine vernünftige Arbeit und wenn der baden-württembergische Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen lobt, dann wollen wir das mal so stehen lassen, dass die Oppositionsführer pflichtgemäß kritischer sein müssen, nehmen wir den üblichen Wettbewerb, den wir hier haben, gelassen hin, das muss dann so sein, aber wir machen die Arbeit und werden die weiteren Debatten dann zusammenführen. Herzlichen Dank.